Ein Büsi, Mann. Dankchen, wer bist denn du? Ich, äh, dir beim Kochen zusehen. Was machst du denn da so, Schönes? Was kochst du da so? Ah, heiße Luft. Hab gehö... Was war das denn jetzt, Geralt? Äh, hab gehört, heiße Luft soll... Wenn ein alter Krankwirt wird, wird sie zum Reisig-Sammeln in den Wald geschickt, wo sie von Bestien gefressen wird. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Äh, ich hab gehört, heiße Luft soll wirklich verdammt gut schmecken, also, äh... Wann ist es fertig? Ah, wurzt es auch noch? Mit was denn, mit Staub? Staub ist richtig gut als Gewürz. Äh, falls du übrigens heißes Wasser kochen tust, das ist, äh... Sag Bescheid, ne? Ich glaub, die, äh, hört mir nicht mehr zu. Ist, glaub ich, schon im Kochen vertieft. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ja, dann helf mal weiter, äh, Boden putzen, weil der ist irgendwie sowieso schon dreckig. Ne? Oder hier, spiel mal mit... Mit den Hasen, genau. Spiel mit den Hasen, genau. Du kannst sogar an den, äh, Ohren ziehen kannst, äh, und du kannst, wenn du willst, auch sogar anzünden und, äh, vielleicht gegen die Wand werfen. Und, äh, ja, die tun nix. Also, die spüren auch keine Schmerzen mehr. Das ist das Tolle sogar. Also, spiel ruhig mit denen. Und, äh, währenddessen, äh, kocht die da hinten mal eben weiter heiße Luft. Ne? Also... Hast du genug zu essen dann, ne? Oh, mach ich den Hexer-Sinn überhaupt noch an. Plätze? Oh, mal Plätze, was ist denn mit dir kaputt? Plätze? Äh... 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 Ja, das ist, äh, äh... Willst du mir zuschauen, wie ich hier, äh, die Bude ausnehme? Oh, hey, da, da kommt mal was raus. Hallo? Ja, da, 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 da... Sag mal, Drucker, du... Hast du mir zugehört irgendwie? Du hast, glaub ich, irgendwelche Sachen kopiert, die ich gerade sage, oder? Hallo? Äh, hallo? Hallo? Mach mich nicht nach. Beantworte meine Frage. Löder, Drucker. Ich glaub, die ist da, wo, wo, wo... Die Katze ist, kann das sein? Alter, ja, boah, krass, Alter, Tür aufrahmen. Du, wieso kommst du durch die Wand? Sag mal, was ist denn jetzt los? Meinten, wir haben das Spiel schon wieder gecrasht. Ah, ha, ha. Ich nicht. Entschuldig. Ach, dann lese ich halt mal irgendwas vor. Ein Teegetränk mit Pfirsichgeschmack. Oh, Alter. Nein. Das ist ein Eis-Tee? Ja. Was, wie hast du das denn jetzt? Okay, Teegetränk. Teegetränk. Alter. Ich bleib so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. So. Hui! Äh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da ist Riggs mein Leben wieder. Hm. Das erinnert mich an ein Bild auf Ingo, das ich heute gesehen habe, von, äh, naja. Äh, warum stehst du unter? Jetzt dürfen wir das weiter. Jetzt weiß ich, woher das Weiße ist, auf deiner Ressource. Ja. Ja. Musst du neu lackieren, ja, oder so. Aha. Lackier vor allen Dingen. Weil er eine Katze auf der Schulter hat. Katzen, äh, Typen, die Schultern haben, äh, klar. Typen, die Schultern auf den Katzen haben. Katzen, die, nein. Katzen, die keine Typen auf den Schultern haben. Das geht auch nicht. Typen, die Katzen auf den Schultern haben, können doch nicht lügen. So. Richtig? Nein, falsch. Sag mal, ich will Spritzen haben und ich... Menuh. Äh. Puh, puh, puh. Scheiße. Okay, das habe ich davon, wenn ich die Leiter nicht benutze. Ich will ja nicht stören, aber... Alter, was ist denn jetzt aus? Ein Flammenwerfer? Was geht mit dir ab? Alter. Bäh! Bäh! Alter. Was ist denn das für ein tollwütiges... ...Gastgedöns? Will der Nächste hier am wenigsten einen gratis Stuhl haben. Hallo? Hallo? Keiner? Doch, da. Hier, darf ich sie, äh, um ein, äh... Ja, offenbar sind sie sehr begrüßt nach dem Stuhl. Hier. Oh. Hallo, ihr Stuhl ist da hinten. Komm. Hier, ähm, ich, ich, ich bringe sie zu ihrem Stuhl, ja? Oh, äh... Ja, sie können warten. Da hinten ist ihr Stuhl. So. Viel Spaß damit. Warum liegen sie denn schon hier auf dem Boden? Egal. Ein paar Augen fliegen lassen, ist doch auch schön. Machst du nicht zufrieden mit dem Stuhl? Egal. Unzufriedene Kunden gibt's bei mir nicht. Höchstens Tote. Nein, nicht so... Oh. Der verwandelt sich bestimmt. Nix da. Nix da. Nein. 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 Und nur, um sicher zu gehen. So. Ne, das Auto. Nix da verwandeln. Nein. Was? Sag mal, die... Sag mal, die Physik ist echt hier. Was? Was? Ich würde es nicht wundern, wenn ihr plötzlich irgendwie durch ihr Bild in den Stuhl fliegen würde. Ah, guck mal hier. Ein schönes Bild von mir. Ja, das, da, da war ich nur jung. Ja, das waren einige spaßige Momente aus diversen Spielen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Like dalassen oder sogar ein Abo. Dann müsst ihr einfach nur auf dieses Gesicht hier klicken. Und ihr verpasst keine weiteren Folgen mehr. Demzufolge auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.